lol streamen. Ja du bist im streamen! Jawoll! Du bist im streamen! Nimm den Scheiß bitte kurz auf, wenn es irgendwie geht. Den Stream aufnehmen? Ja bitte. Ja warte. Oh scheiße! Ich will hören was der über mich sagt weißt? Ich kann das ja so nicht hören in der Aufnahme. So, hallo und herzlich willkommen! Warte, ich kann den auch noch weiter stellen. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen liebes YouTube-Universum. Ich musste es aufnehmen. Ich mach mal hier kurz ein Selfie. Guckt mal wer hier neben mir steht. Kennt ihr den hier? Das ist ein ganz bekannter. Mit dem Fuchsfeuer-Ari-Skin. Ich hab mich grad nicht mehr... Boah, der hat so schwule Musik im Hintergrund laufen, das ist nicht normal. Nicktron motherfucking gay you bitch. Da fängt schon an. Da fängt schon an, Alter. Ich helfe dem Typ so, Alter. Ich carry den so durch. Ist mir scheißegal. Die tun, ähm, die spammen ihn da richtig zu. Die ganze Zeit mit T-Y und die T-T-T-T-T-T-T. Ist okay. Aber ich halte mal meine Schnauze damit. Krass, Alter. Das ist so heftig grad. Ich bin im Stream mit dabei. Das ist alles so ungewollt. Schreib mal was. Schreib mal was. Ähm... Ich hab geschrieben. Ich sag dir, wenn's kommt. Mhm. Hi, Mom. So, da kommt direkt nochmal was nach. Hi, Mom. Hi, Mom und Töte. Leo ist leider nicht mit in den Game. Ähm... Wäre er aber gern wahrscheinlich. Jaaa, das wär so geil. Alter, wie ich grad gefeiert hab. Ich lachen muss. Ja, er fängt an zu erheulen. Warum? Weil ihn irgendjemand... Ich glaube, er fängt gleich an zu heulen, oder? Ist das real? So, okay, dann haben wir noch. Ich hab den Blut. Ja, er fängt an zu erheulen. Er heulen gerade an. Warum? Weil ihn irgendjemand... Weil ihn irgendjemand... Warum ist der bei mir im Team? Der hätte im Gegner-Team sein müssen. Aber bis jetzt schlägt er sich gar nicht so schlecht, muss man ja sagen. Ja, er ist am heulen. Oder eher am Rumpflennen. Also er heult es nicht direkt, sondern er nörgelt halt so. Ich soll er nörgeln. Oh, der dived! Der dived! Der hat First Blood! Der hat First Blood, Alter! Wer ist echt? Der hat First Blood bekommen! Soll ich den Blue stieren? Alter. Ja, sag, sag. Da liegt schon, kommt Blue. Oder Ari, kommt Blue. Oder musst du ihn wegsmiten? Nee, ich cue ihn weg. Ich cue ihn weg, das geh ich hin. Zack. Mein Buch. Oh, unterwegs! Und weg ist er! Oh, ey. Ich komme. Ja, er kommt. Ja, er bin ich reporten. Report das fucking Idiot. Oh, gegeben, Alter. Du fucking stole it. Alter, ich habe den zweimal daran erinnert. Entschuldigung, wie oft muss ich es ihm schreiben? Gegangt. Ey, du musst den enden. Der nimmt mich nie an, Alter. Der nimmt mich nie an. Ey, da schreiben 30.000 Leute immer bei ihm in den Chat rein. Echt? Ja. Und da kommt der Mumu. Und ja, ist... Ja, okay. Oh, fuck. Durch mich hat er eine Doppeltötung bekommen. Alter. Ach, fuck. Das musst du nicht auf jeden, Mensch. Ja, Entschuldigung. Oh, der steht halt 3-0, ne? Ich glaube, so einen guten Score hat er noch nie in seinem Leben. Oh. Oh. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh Gott, jetzt schwult der da wieder rum. Alter. Das kann echt nicht wahr sein. Ich kann ihm das Game nicht versauen. Also, ich meine, ich meine, ähm... Ja, fang halt an zu fieden, mein Gott. Ja, genau, richtig. Ich finde ja eh nie ein bisschen. Sascha aus Kyle Welte, ja. Am Start. Easy, Alter, easy. Mit Niktron, mein best buddy, weißt? Muss man so. Jetzt auf einmal. Ich frage ihn wieder. Ach, wegen Blue? Ja. Oh, diesmal kommt er. Smile sieht weg, smile sieht weg. Oh, ah, zu late. Und weg ist er. Hast du ihn? Wir gucken, was er gleich macht. Is this ye fucking kidding? Is this ye fucking kidding? Ist er, ist er weit? Ja, ja. Is, is ye fucking kidding, hat er gesagt. Der könnte jetzt aber echt auch mal sterben, so langsam. Finde ich. Oh, er schreibt. Can someone engage that? Wann schreibt der denn? Ja, der beschwert sich schon die ganze Zeit, dass keiner, äh, engaged. Dass die... Ja, er ragt grad rum. Alter, das kann nicht wahr sein. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh, oh. Yo, wie kann ich helfen? Schreibt mir grad ein Kumpel. Ich hab den angerufen, weil er kennt den auf jeden Fall, weißt? Hab ich vorher angeschrieben, aber gesagt, Alter, das musst du dir angucken. So, jetzt sieht er es ja in der Aufnahme. Ich ping ihn mal weg. Und nochmal. Boah, jetzt gibt er an. Boah, jetzt sagt der, wär besser als Faker, weil Faker noch nie 9-0 in, äh, in LCS stand. Ja, ich hab, ich hab nur ein Kill gesteilt. Stirbst du? Nee, du stirbst nicht, ne? Nee, ich stirb nicht. Okay. Du bist ein... Du bist ein Stück Scheiße, hat er, glaub ich, gesagt. Echt? Ja, piece of bastard? Ein Stück, ein Stück bastard. Du bist Bane, Dutch. Hat er gesagt? Ja, hat er. Alter. Report, Yiblis! Ich werde reporten! Hat er es geschrieben? Ja, er macht sich über dich lustig. Echt? Ja, ja. Okay, dann lass ich mich jetzt exekuten bei Blue. Ja, mach das, Alter, das wird geil, das wird geil. Ja, aber der muss ja Brust oder so sein, wenn er mit dir spielt. Ja, danke, fick dich. Nee, er ist doch so. Boah, fuck. Oder Silber, kann er vielleicht auch noch sein. Ich bin tot. Boah, ich würde dir am liebsten gerade auch ein bisschen was spenden, nur damit ich nerven kann. Echt? Ja, das wird dir vorgelesen. Ja, ja. Wenn du die ganze Zeit irgendwas rein spammst, dann kann er sich nicht konzentrieren. Oh, das ist Strategie, Alter. Ich glaube, der war noch ein bisschen hinterher. Ja, Yis trolling, schreibt er wieder. Was, trolling? Ja, ja. Das ist offensichtlich, sagt er immer. Offensichtlich. Fuck off! Nick, Ed. Was? And report Yis troll. Okay, das macht er jetzt echt nicht schlecht. Wie du jemandem mal hinterherläufst. Ja, hallo, hab ich doch gemacht. Ich hab ihn hergepingt und bin da weggelaufen. Er sagt, du sollst ihm helfen. Oh, oh, Blue, wer gespaltet. Was? Blue? Ja, ich sehe, wie er ihn macht. Alter, ich hab's ganz den Tag noch gesehen. Was? Blue? Ja, ich sehe, wie er ihn macht. Ich hab's ganz den Tag noch gesehen. Oh, der heult nicht, aber er macht das so dumm rum. Ich will mal hin und wieder zurück, glaube ich. Oh, Mann, ich will, dass der einmal stirbt, mindestens. Dann heult er immer. Das ist so geil. Schon richtig falsch, was wir hier die ganze Zeit abziehen, aber... Ja, ist halt echt so, Alter. Wir wollen das auch heute. Gewinnt er jetzt gerade, ja. Ja, ja, sieht so aus, Alter. Ja, geacet. Oh, nö, kaum schon. Fuck, wir haben gewonnen. Also noch nicht, aber jetzt gleich. Ja, gg well played, würde ich sagen. Alter, guck mal, ob der mich reportet. Schreibt doch, report nickt schon, musst du noch schreiben. Ja, warte, kommt gleich in der Champions Select. Also, ich muss hier kurz die Aufnahme abbrechen. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss.